Guten Morgen, Donnerstag, Vormittag. Ich bin heiser, merke ich gerade von den letzten fünf, sechs Tagen, die wir irgendwie in Österreich, in der Nordsee und irgendwo in Süddeutschland waren. Heute steht das nächste Videoprojekt an. Erstmal noch eine fette Laube Kaffee. Da müssen wir noch ein bisschen vorbereiten auf die ganze Show, die heute ansteht und noch mal ein bisschen mit so halb besprechen. Aber heute gibt es ein interessantes Projekt. Ein Kumpel von uns hat nämlich vor ungefähr einem Jahr oder ein bisschen länger einen neuen Beruf ergriffen sozusagen und hat da eigentlich einen relativ krassen Übergang gemacht. Und dazu machen wir heute einen kleinen kurzen Film für ihn und jetzt werden wir ihn erstmal befragen, wie das alles abging. Hallo, guten Tag. Was denn? Klimaanlage an? So, ich bin jetzt gerade im Tattoo-Studio in Wolfsburg, Hypershell, um genau zu sein. Und hier machen wir heute so eine Art Image-Film für ein Kumpel von uns, für Christopher, das ist der Bruder von Tobias. Ein paar Leute kennen die beiden vielleicht. Und hier ist, hello guys, das ist Zuchayib. Bist du fit? Ja. Ja? Ja? Nein. Nein. Also ich habe nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Ich wollte eigentlich schon immer etwas mit Kunst machen. Das Schwierigste daran ist eigentlich, mir selber gerecht zu werden. 17 Uhr und Tobias sind jetzt endlich durch. Ich muss sagen, wie langsam kommen die letzten paar Tage durch. Ich werde jetzt echt so ein bisschen müde, sage ich mal. Kaffee hilft auch nicht mehr. Gute Schäden gemacht heute. Gutes Interview. Ich denke mal, es wird ein richtig geiler Clip. Wie ich vorhin gesagt habe, der andere Kollege, der hier zwischendurch war, der meinte halt, der braucht eine Dokumentation. 45 Minuten, wenn da irgendwas geht, wäre das mega geil. Ich wollte eigentlich noch ein längeres Video machen heute, aber Hype nimmt die Kamera mit, die ich hier gerade benutze, weil meine so ein bisschen rumspackt. Von daher ist das Video hier heute zu Ende. Ich hoffe, die letzten sechs, sieben Tage Videos haben euch gefallen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, checkt einfach mal die Playlist hier ab, beziehungsweise das Video vom Vortag und das Video davor und das Video davor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das eigentlich auch mal machen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tono. Tschüss.